Hi, ich bin André Größer und ich bin Geschäftsführer von Kickstart. Wir sind eine Boutique-Beratung, die sich fokussiert hat auf Business-Transformation und Business-Innovation. Business-Innovation ist extrem facettenreich. Das bedeutet, wer dort in dem Geschäft erfolgreich sein will, muss Business, Technologie, Organisation und Führung verstehen. Ein erfolgreiches Unternehmen lebt quasi außerhalb seiner Komfortzone und hat Veränderungen schon lange zur Gewohnheit gemacht. Wir lassen uns auf die individuellen Situationen des Kunden ein und dabei nicht nur auf die sichtbaren Symptome, sondern auf die eigentlichen Ursachen und arbeiten mit ihm an Lösungen. Wir übernehmen in umsetzungsrelevanten Rollen Verantwortung und geben diese aber auch schnellstmöglichst wieder an die Organisation zurück. Ehrlich, es gibt nicht den Blueprint für ein erfolgreiches Unternehmen. Das Befolgen von Lehrbuch und Methodenwissen hat uns gelehrt, dass es zu maximaler Verwirrung führt. Durch unsere hybride Erfahrungen aus Praxis- und Methodenwissen sind wir in der Lage, bei unserem Kunden Impulse zu setzen, damit er selbst nie verlernt, stetig besser zu werden. Wenn wir schnellstmöglichst an den Punkt kommen, dass unser Kunde uns nicht mehr braucht. Hashtag WHERE TO GO Hashtag WHERE TO GO TIM 5 1 2 2 3 1 2 Vielen Dank.